Musik Hallo liebe Leute! Wie ihr alle wisst, ist unsere letzte Sendung ein wenig, ein kleines bisschen zu spät rausgekommen, da das Bürgerhaus über die Weihnachtsferien leider eine lange Zeit geschlossen hat und wir es nicht geschafft haben, alles rechtzeitig fertig zu filmen. Nun gibt es noch eine weitere Ankündigung für die nächste Sendung. Die wird nämlich leider auch später rauskommen. Das Bürgerhaus hat nämlich noch immer nicht zu den Zeiten geöffnet, zu denen es sonst immer geöffnet hat. Das heißt, wir können nicht mit den Leuten drehen, mit denen wir drehen wollen. Wir können nicht zu den Zeiten drehen, zu denen wir drehen wollen. Die Inzidenz liegt gerade bei über 1400. Ich habe da so eine nette Grafik. Ich hoffe, ihr könnt es lesen, denn es ist viel. Sehr viel. Aus diesem Grund haben wir leider aktuell keine Gewissheit dafür, wann die nächste Folge rauskommen wird. Und ähm... Deine Mutter ruft an, muss sie sein. Ich glaube, das war fast. Hallo Mami! Dürfen, ich bin lieber erwischt. Individuen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017